Ein ganz aktueller Moment in meinem Leben ist eine hochbetagte ältere Dame, die mit einem eingerissenen Baucherorten an der Risma zu uns in die Notaufnahme in Wandsbeck kam, wo man heutzutage sicherlich in vielen Momenten gesagt hätte, das behandelt man aufgrund des Alters nicht mehr. Sie hat uns aber gebeten, trotz dieses hohen Alters eine Behandlung durchzuführen, weil sie die Geburtstag ihrer Enkelin noch erleben wollte und sie ist nach einer Woche wieder gesund nach Hause gegangen. Und das war ein sehr schöner Moment, weil wir alle gesehen haben, wofür es sich lohnt, dort in einer großen Notaufnahme tätig zu sein.